Hi ihr Lieben, schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bin hier in den Räumlichkeiten der TG07, das ist unser Yoga-Raum hier. Und ich möchte mit euch heute den Sonnenkurs B fließen. Den Sonnenkurs A, den haben wir schon hier auf unserer Homepage und ich hoffe, ihr habt ihn auch schon fleißig geübt. Das ist einer von den einfachen Sonnenkursen. Der Sonnenkurs B ist etwas schwieriger, etwas anspruchsvoller, aber ich möchte euch den nicht vorhin teilen. Und wann immer ihr wollt, könnt ihr die Sonnengröße praktizieren. Die bringen uns viel Kraft, viel Energie, viel Lebendigkeit und sind ganz hervorragend dafür geeignet, um dann weiter in die Praxis zu gehen. Dann würde ich sagen, lasst uns gleich beginnen. Ich komme an den Anfang von deiner Matte. Schau, dass du gut stehst, gut ausgerichtet. Dann roll nochmal deine Schultern nach hinten und gönn dir nochmal ein paar tiefe Ein- und Ausatemzüge. Ganz entspannt. Tief ein und lang aus. Schau, dass du bei deinen Sonnengrößen immer schön mit deinem Atem fließt. Richtig den Atem mitnehmen. Nur so können wir unseren Geist zur Ruhe bekommen. Also immer den Atem mitnehmen. Mit der Atem einmal stoppt. Dann machen wir einen Moment Pause und setz dann mit der Atem dann Sonnenkurs oder vereinfache dann Sonnenkurs. Okay. Dann bring dem Einatmen über die Seite die Arme nach oben. Mit dem Ausatmen hol dir erstmal die Hände vor dein Herz. Einatmen die Arme über die Seite nach oben. Ausatmen, Hände vor das Herz. Und dann lass uns beginnen. Einatmen in den Blitz. Bring die Arme nach hinten, setz dich tief. Ausatmen, falte nach vorne in deine Gange vorbeugen. Einatmen, halbe vorbeugen, langer Rücken. Ausatmen, Hände in die Füße, drehe zurück in die schiefe Ebene. Schwebe von hier aus, ganz langer Überschattung, Rang aktiv. Leg deine Fußrücken zur Erde und schiebe dich nach oben in den heraufschauenden Hund. Ausatmen, zurück, heraufschauenden Hund. Einatmen, strecke dein rechtes Bein hoch nach oben. Ausatmen, hol dir dein Fuß nach vorne. Einatmen, nach oben in den ersten Krieg, weit nach oben strecke. Ausatmen, Hände zur Erde und schiebe in die schiebe Ebene. Schwebe langsam nach unten. Hebe sie in den heraufschauenden Hund. Ausatmen, herabschauenden Hund. Einatmen, links strecke nach oben. Ausatmen, der Fuß geht hoch. Einatmen, nach oben nach oben, ganz kraftvoll. Ausatmen, Hände zur Erde, schiebe in die schiebe Ebene. Langsam schwebe nach unten. Schadoranga in den Hund. Ausatmen, herabschauenden Hund. Einatmen, auf die Fuß, dann kniebe Richtung Matte. Und dann fliege ganz langsam vor. Einatmen, halbe vorbein. Ausgangs. Einatmen, blitz. Bring die Füße in die Erde, wirklich nach oben an. Ausatmen, Hände, Fuß, Herz. Einatmen, blitz. Ausatmen, vorbein. Ausatmen, schiebe Ebene. Einatmen, halbe. Ausatmen, herabschauenden Hund. Einatmen, rechts strecken. Ausatmen, schiebe Ebene. Einatmen, hoch. Ausatmen, schiebe Ebene. Schiebe, schiebe tiefer unten, einatmen, Hund. Aus, herabschauenden Hund. Einatmen, links. Ausatmen, vorbein. Einatmen, hoch. Ausatmen, tief. Einatmen, aus, tief. Einatmen, Hund. Ausatmen, herabschauenden Hund. Einatmen, hoch. Einatmen, hoch. Ausatmen, schiebe, nach vorne. Einatmen, vor. Aus, tief. Einatmen, einatmen, links. Ausatmen, schnell links. Ausatmen, drück sich hoch. Hände fürs Herz. einatmen, hindurch. Ausatmen, eben. Ausatmen, glück dich hoch. Hände vors Herz. Einatmen, läng Whis. Ausatmen, h olarakuschiebe, nach vorne. Einatmen, halben. Ausatmen, vor. Einatmen, hoch. Ausatmen, schief essen. Ausatmen, tief. In den Mund. Erlatschen auf den Mund. Einatmen. Ausatmen, vor. Einatmen, hoch. Ausatmen, schief essen. Schwebe tief. In den Mund ein. Ausatmen. Einatmen, Fußbein. Kniegelstummatte. Liegen nach vorne. Einatmen, Hand. Ausatmen. Einatmen, Blitz. Ausatmen, hoch. Hände versetzt. Einatmen, Blitz. Ausatmen, vor. Einatmen, halb. Ausatmen, schiefe Ebenen. Tiefe Hunde und Schwebe. In den Mund ein. Aus. Herabschneiden. Einatmen, rechts. Ausatmen, vor. Einatmen, hoch. Ausatmen, zurück. Tief nach unten. Schau, du wachst. Einatmen, einatmen. Ausatmen, abschneiden. Einatmen. Ausatmen, einatmen. Ausatmen, einatmen. Ausatmen, einatmen. Entschneiden. Ausatmen, vier, fünf Atemzüge. Tief einatmen, lang aus. Ja, über den Mund. Tief einatme. Ausatmen. Nochmal tief einatmen. Ausatmen. Tief einatmen. Ausatmen. 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 Atme hoch auf die Fußbande, kinderische Matte, flieh nach vorne, einatme, halbe vorbeugen. Ausatmen ganz. Bleib hier, greif dir rechts und links, leider Ellenbogen. Und pette so ein bisschen von rechts nach links. Weiter so ein fasciales Feder nach unten. Entspann deinen Kopf. Mama, ja, ja, nein, nein. Und dann löse ihn wieder auf, lass die Arme nach unten hängen, beuge deine Knie, komm mit dem Einatmen, über die Seite nach oben, ausatmen, hänge vor das Herz. Ihr Lieben, wenn ihr Lust habt, könnt ihr ruhig noch ein paar von dem Sonnengruß B machen. Und wie wir ihr wollt, das alten Pinnenswert sind immer so vier bis sechs Stück. Und dann in die Praxis zu gehen, könnt ihr euch dann einiges aussuchen von der Praxis. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit, viel Freude am Praktizieren und ich hoffe, wir sehen uns ganz, ganz wieder. Macht's gut. Eure Kirsten.